jetzt sieht es schon besser aus und jetzt kann ich eine einstündige Aufnahme machen ich will das alles freigeschalten ein bisschen overpowered weapon spielen wir sehen die habe ich mal mit wärmesucher gespielt aber auch nicht so schade mit wärmesucher habe ich auch noch keine 1000 grills ja ich glaube das ist der einzige Aussatz mit keinen 1000 grills habe ja geht das einigermaßen und 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 ja das wollen wir nicht mache ich lieber rusher rein und ja ich bin aufklärt man hat doch wieder gleiche map gleiche map neues glück würde ich sagen hoffen wollen und es läuft schon 14 minuten ja ich denke mal da mache ich dann wirklich immer so eine weiter aufnehmen und dann das mal richtig ja oder in mehrere parts machen so 10 minuten oder so wäre das zuerst wahrscheinlich ein bisschen langweilig oder ich mache es doch gameplay mäßig wenn es nicht krumm ist was der gerade immer am ipod ist wirklich so als ob strom durchfließen würde zitiere getecken vorschläge sitz jetzt erfülle ich auch mit overcome nur von burts noch zu schlägern ich bin ja noch um der scheiße es war kein rückstoß aber es kann sich so wirklich schön ich habe gerade ein glück in diesem match die granate war nicht so gut geworfen ok wie verfahren wir weiter große frage ist echt nervig wenn die finger so schwitzig werden kann man schlecht spielen ein bisschen ist ja weil sie richtig glatt sind das war früher mal meine lieblingswaffe bevor ich sie hatte ach fickerei hier schade habe ich gerade auf so einen guten streak ja mit dem sollte man sich nicht den close water geben ok der hat ihn auch noch weggeholt ok der hat auch ein aiming da wird nicht mehr viel leben da haben wir ihn schon getroffen komm ich möchte ihn kriegen wenn er mich wahrscheinlich noch hunde mal abziehen wird ich spiele ziemlich arg nach gehör so leute nerven echt eigentlich haben sie zwar kein gewinn davon ja ok ein bisschen ep ich meine jetzt von kd her ich habe gerade geschaut dass ich nur positiv bin und jetzt schon wieder vorbei kiebe hiefe die rohr werde ich auch gerne wieder als waffe das ist einfach eine geniale haupt ah nebenwaffe hey mann läuft der kopf da gar nicht mehr eigentlich von level her bin ich auch oder wovon spielst du hier eher nubig hm 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 ey der hat mich auch schon getroffen bevor er mich von meiner sicht aus getroffen haben könnte das nervt einfach so oh god ich habe dich ja fast gar nicht erkannt wo ist alles los ich hätte jetzt ein c4 dabei könnte ich einen schönen double abholen ok der wird jetzt wahrscheinlich auch gleich hier reinkommen oh fuck oh fuck oh fuck das war ganz unprofessional ob der ist afk ja schade der hat dann wahrscheinlich eine gute feinkampfwaffe aber weil er gebraucht bis er mich getroffen hat aber so die mp wer ist sie hier ich glaube mp5 oder so ey der hat auch ein ailing der zieht mich auch ab schon 20 minuten ailing jungen 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 geht von gleich schnell Ich sollte weglaufen, wenn niemand auf mich schiesst. Okay, das Runde ist auch bald rum. Okay, dann möchte ich noch auf jeden Fall... Äh, meine... Okay, Ziel erreicht. Nee, nee. Natürlich nicht. Hauptsache nicht Gegnernerv. Nicht gut. Das war schön. Ich bin nicht positiv. Ja, bis jetzt noch. Also hat er kurz noch den Yiptyp noch rausgeholt. Yiptypi. Glück, kriegt man hier die richtig Ongo-Power-Nurfen, wenn man es zu einem hohen Level. Kann ich eigentlich messen sollen? Warum so blöd zu machen? Schade, es war zu schön gewesen. 12-11. Okay, ich bin stolz auf mich. Haben die positiven Score hin, bekommen ja ein Live-Match. Der ist richtig gut, der Tüppi. Hm, das kenne ich irgendwo. Ich glaube, mit dem habe ich schon mal gezockt. Oder ja, gegen den wahrscheinlich. Weil die mit dem man zockt, die... Ihr kennt mir ja eher den. Auf die Waffe freue ich mich schon. Aber da kann ich mich noch lange freuen, sag ich euch. Du hast einen Mann raus. 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 Fuckerei hier. Schade. Okay, noch zwei Kills von denen. 13-13. Soll ich einfach mal reinkippen, nur damit ich positiv reif. Okay. Ja, ich glaube, das war's nochmal mit der ersten Aufnahme-Session. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wieder ein bisschen Geld verdient. Ja, tut der Platz in unserem Team mit 13-13. 4.000 dp bis zum nächsten Level. Damit komme ich zurecht. Also nochmal so ein Spiel. Ja, ich hoffe, euch hat's mal gefallen. Feedback könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Also unten rein, ja. Ähm, und, ja. Ich hoffe, wir sehen's auch beim anderen Video mal wieder. Oh ja, das ist Limfreal. Es beginnt auch schon wieder das nächste Spiel. Aber egal. Tschaußen.